Dabei, guck mal hier, Eimaltapete, das nehm ich mal mit. Ey, krass. Was ist das? Oder das? Na gut, das ist eine Brezel, das ist klar, aber was ist das? Eine Wheatpizza. Na hier nehmen wir das auch noch mit. Hier hätte es Bretter gegeben. Ich könnte doch jetzt Gießkannen kaufen. Aber wie gesagt, da ich das Geld sowieso noch nicht habe, macht es vielleicht Sinn, da halt wirklich darauf zu hoffen, dass ich das in den Mülltonnen finde, wenn es soweit ist. Weil das wird noch eine Weile dauern. Gut, dann werde ich jetzt mal schön Bänke reparieren. Oh, Diamond! Oh, Dünger, geil. Wie so ruckelt das? Ist das jetzt High End Gaming geworden? Oh, wow. Leute, ihr könntet mir ruhig mal etwas geben, was ich auch brauche. Wie wärs damit, hm? Das ist eine hart frustrierende Runde. Hart frustrierend. Naja, Keramikkacheln, wenigstens etwas. Ach, guck mal. Bretter. 1 Bretter. Hm. Naja. Davon hatte ich mir jetzt eigentlich auch mehr versprochen, aber... Gibt auch wirklich Schlimmeres. So, komm, dann schneiden wir das mal ab und machen daraus direkt erstmal Kief. So, ein paar Mal. Ja, habe ich, habe ich jetzt noch Platz. Ja, da könnte ich doch eigentlich auch gleich noch die Schlaglöcher reparieren. Denn ich brauche ja auch noch Lampenzeugs. Damit ich die Lampen endlich auch mal alle so abgegradet bekomme. Wisst ihr, wo der Unterschied zwischen Update und Upgrade ist? Ein Update hat was mit Software zu tun. Ein Upgrade hat was mit Hardware zu tun. Das heißt, wenn du irgendwo etwas, ein Teil austauscht oder verbesserst, dann, also verbessern ist ein Upgrade. Verschlechtern ein Downgrade. Ja, und ein Update oder... Oder ein Down-Date gibt es glaube ich nicht. Aber ein Update ist halt Daten, andere Software-Version, bessere. Ich sage das vermutlich auch hin und wieder falschrum. Aber... Ja. Ich glaube, das waren alle. Zumindest sehe ich kein Schlagloch mehr. Ich glaube, das hier sind alles die Lampen. Ja. Sehr schön. Ah. Ja gut, die Lampen kann ich jetzt nicht upgraden, weil ich ja mein eigenes Haus upgrader. Aufgrader. Hm. Mehr war das nicht? Ja. Ja. Hm. Hindu Kush braucht Doppel-Eis. Das braucht nur einmal Eis. Das habe ich eingestellt. Einmal Eis. Ja. Gut. Das macht mich sehr gut. Ich gehe jetzt mal um das Sch Bear. machen wir doch gleich noch mal eine runde was man hat das hat man und die punkte die man eingesammelt hat die hat man eingesammelt das sind so schlaue worte die müssen einfach von mir kommen gucken wir doch mal nach brettern nägeln und steinen noch mal hier wären bretter gewesen mal wieder also da war ich hier wären bretter gewesen hat dann habe ich von denen schon genug fehlen noch drei stück schuppen ist voll wobei ich könnte eine runde schippen verkaufen was habe ich denn jetzt gemacht verkaufen wir mal eine runde schippen runde schippen aus dem schuppen werden jetzt verkauft schüttt Vielen Dank.